Hi Leute, in diesem Video vergleichen wir 11 der derzeit besten Entsafter, getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Kunden selbst. Aufgeteilt haben wir sie in 3 Preisklassen. 1. Entsafter unter 100€ 2. Entsafter zwischen 100 und 200€ 3. Entsafter über 200€ Alle vorgestellten Produkte finden Sie in der Videobeschreibung. Falls Sie uns noch nicht kennen, der Kanal beschäftigt sich mit den derzeit besten Produkten für Haus und Garten auf dem Markt. Da wir den Bewertungen allein nicht vertrauen, prüfen wir diese, indem wir zu jedem Produkt verschiedene Testberichte lesen und Testvideos schauen, sich wiederholende Muster erkennen und Ihnen alles hier zusammengefasst präsentieren oder die Produkte aussortieren, wenn wir nicht überzeugt sind. So haben wir heute 11 der besten Entsafter für Sie im Vergleich. Wenn Ihnen das Format gefällt, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir haben sowohl Zentrifugal-Entsafter als auch Slowjuicer bzw. Kalt-Entsafter dabei. Wir möchten kurz über ein paar Mythen reden, die weit im Internet verbreitet sind. Falls Sie nur die Produkte interessieren, können Sie diesen Teil gerne überspringen. Zentrifugal-Entsafter erzeugen durch die hohen Umdrehungen pro Minute Hitze, wodurch ein Teil der Vitamine und Enzyme des Pressguts verloren gehen. Da der Zerkleinerungsvorgang so schnell abläuft, sollte es nicht so viel sein, wie Slowjuicer-Hersteller gerne damit werben. Wir konnten keine Studien oder Nachweise finden, die das beweisen. Sollten Sie Quellen haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Was auf jeden Fall passiert ist, dass sich der Saft durch den schnellen Vorgang mit Luft und demnach mit Sauerstoff mischt, was den Saft sehr schaumhaltig und nur kurze Zeit haltbar macht. Dafür sind sie günstig und schnell, allerdings auch sehr laut und sie tun den Nachbarn oder der eigenen Familie morgens keinen Gefallen damit. Slowjuicer bzw. Kalt-Entsafter bleiben, wie der Name schon sagt, kalt und verarbeiten das Pressgut schonend mit wenig Umdrehungen pro Minute, wodurch mehr Vitamine und Enzyme erhalten bleiben. Außerdem sind die Säfte ca. 48-72 Stunden haltbar. Der Prozess dauert demnach natürlich länger, dafür arbeiten Geräte leise. Sind Slowjuicer also besser als Zentrifugal-Entsafter? Ja, sind sie definitiv, aber nicht jeder hat die Zeit und Lust jeden Morgen lang auf seinen Saft zu warten. Eins haben beide gemeinsam. Sie sind viel gesünder als der Saft aus dem Tetra Pak und das macht schon einen großen Unterschied. Es gab einen wirklich interessanten Enzym-Test der Firma Hurum, den ich Ihnen auch in der Videobeschreibung verlinke. Zitat Durch Enzyme kann sich die Nahrung mit Sauerstoff verbinden und somit wird die nötige Energie freigesetzt, die unser Körper zum Leben braucht. Da die Enzyme mit steigenden Lebensjahren immer weniger natürlich im Körper vorhanden sind, müssen wir sie von außen durch Obst und Gemüse holen, um weiterhin auch die Nahrung ordentlich verdauen zu können. Zitat Je älter wir werden, umso schwieriger wird es, allein durch gesundes Essen bei Kräften zu bleiben, da die Enzyme in unserem Körper immer mehr abnehmen. In dem Test wurde Ananassaft frisch gepresst mit dem aus dem Supermarkt verglichen. Es wurde Hähnchenfleisch eingelegt und abgewartet. Nach einem Vierteltag wurde das Fleisch beim selbstgepressten Saft komplett zersetzt. Beim Supermarktsaft gab es keine Veränderung. Das beweist, dass im Supermarktsaft die Enzyme entweder kaum oder gar nicht mehr vorhanden sind. Diese müssen durch die industrielle Verarbeitung komplett zerstört worden sein. Darum gilt, jeder selbstgemachte Saft ist besser als der aus dem Supermarkt. Und wenn ein paar Prozente mehr durch die schnelle Zentrifugalverarbeitung verloren gehen, können Sie den Saft immer noch mit gutem Gewissen trinken. Es kommt letztendlich auf Ihren Verwendungszweck an. Sollten Sie den Entsafter täglich nutzen, empfiehlt sich ein hochwertiges Gerät mit langer Garantie. Falls Sie ab und zu einen Saft trinken wollen, reicht ein günstiges Gerät vollkommen aus. Mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Entsafter unter 100 Euro Nummer 1 ist der Philips HR183200 Viva Collection. Der Entsafter von Philips überzeugt mit seiner Kompaktheit bei maximaler Saftausbeute. Die Früchte und das Gemüse werden sekundenschnell zerkleinert und zu einem cremigen Saft verarbeitet. Dadurch haben Sie insgesamt einen sehr geringen Zeitaufwand. Dank der Saugnäpfe steht der Entsafter sicher und stabil auf jeder Arbeitsfläche. Durch die runden und vor allem glatten Oberflächen lässt sich das Gerät einfach und schnell per Hand am fließenden Wasser reinigen. Für das Sieb lohnt sich eine separate Reinigungsbürste, da keine im Lieferumfang enthalten ist. Zudem können laut Bedienungsanleitung alle abnehmbaren Teile in der Spülmaschine gesäubert werden. Tests zeigten aber, dass der Stößel nicht mit in die Spülmaschine gelegt werden sollte, da sich sonst Wasser darin ablagern kann. Nummer 2 ist der Entsafter von iCook. Auch dieser Zentrifugalentsafter arbeitet sehr schnell. Am besten arbeitet er, wenn Sie immer ein Stück Frucht oder Gemüse zerkleinern und diese nicht im Einlauf stapeln. Die mitgelieferte Bürste passt genau in die zu reinigenden Kanäle und damit erfolgt die Reinigung an sich sehr schnell und einfach. Die Zubehörteile sind aber auch alle Spülmaschinen kompatibel. Aufgrund des Designs und der Verarbeitung von Edelstahl sieht der Entsafter sehr hochwertig aus. Alle Teile sind sehr stabil, was für einen sicheren Halt und einen sorgenfreien Entsaftungsprozess sorgt. Für den Preis liefert der Entsafter eine gute Qualität und überzeugt mit der Ausführung und der einfachen Handhabung. Nummer 3 ist der Boman AE 1917 CW. Das leistungsstarke Gerät mit 1000 Watt lässt sich leicht reinigen und alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest. Es ist der günstigste Entsafter im Vergleich und hat insgesamt eine gute Saftausbeute. Durch ein schlankes und kleines Design passt es sehr gut in jede Küchenecke und spart damit einiges an Platz ein. Das Entsaften wirkt durch die hohe Leistung aggressiver als bei den ersten beiden Modellen. Durch seinen großen Auffangbehälter lässt sich einiges an Obst und Gemüse an einem Stück auspressen. Dank der einfachen Bedienung und der starken Leistung ist das Gerät für jeden geeignet, der in einem Durchgang schnell viel Saft gewinnen möchte. Hier sehen Sie die erste Vergleichstabelle. Pausieren Sie gerne an der Stelle, um Sie sich in Ruhe anzuschauen. Entsafter zwischen 100 und 200 Euro Nummer 1 dieser Preisklasse ist der Bosch MES 4010. Der Entsafter von Bosch überzeugt mit seiner qualitativ hochwertigen Verarbeitung und dem modernen Design. Er überstand schon einige Langzeittests ohne Probleme. Mit seiner Power und der großen Einfüllöffnung überzeugte der Entsafter viele Kunden. Teilweise müssen Sie die Früchte vorher nicht schneiden. Auch mit größeren Mengen an Früchten kommt der Bosch gut klar. Die Reinigung an sich ist eher aufwendig. Die Teile sind aber auch Spülmaschinen geeignet. Insgesamt ist es der stärkste Zentrifugalentsafter im Vergleich. Nummer 2 ist der Slow Juicer von AMZ Chef. Der erste und zudem der günstigste vertikale Kaltentsafter im Vergleich. Die Säfte werden durch ein langsames Pressen mit der großen Schnecke hergestellt. Nach dem Auspressen kann der Saft 72 Stunden lang aufbewahrt werden, wenn Sie den Saft in einem steril verschlossenen Behälter aufbewahren. Er hat ein elegantes Erscheinungsbild und arbeitet relativ leise. Die Öffnung oben ist groß genug, dort werfen Sie einfach Ihr Obst rein, den Rest erledigt der Slow Juicer. Nach der einfachen Reinigung lässt sich das Gerät wieder sehr schnell zusammenbauen. Der Motor ist für das verhältnismäßig kleine Gerät sehr leistungsstark und somit hat die Maschine keinerlei Probleme mit härteren Obstsorten wie zum Beispiel Äpfeln. Nummer 3 ist der Panasonic Slow Juicer MJ-L501-KXE. Durch die schonende Presstechnologie erzielt der Panasonic Slow Juicer die höchstmögliche Saftausbeute sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. Dank des mitgelieferten wechselbaren Aufsatzes können wahlweise Säfte hergestellt oder tiefgefrorene Zutaten zerkleinert werden. So kann auch Eis und Sorbet hergestellt werden. Die Einfüllöffnung hat nur einen Durchmesser von 4 cm. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Obst und Gemüse vorher passgerecht schneiden müssen. Der Zusammenbau funktioniert einfach und schnell. Außerdem lässt er sich gut verstauen und benötigt nicht viel Platz in der Küche. Falls der Entsafter mal leicht verstopfen sollte, gibt es eine Rücklauftaste, bei der die Schnecke rückwärts läuft und den Inhalt nach oben drückt. Die Reinigung erfolgt gleich, da der Entsafter in seine Teile komplett zerlegt werden kann. Teilweise reicht ein einfaches Abwaschen per Hand und ist innerhalb wenigen Minuten mit der mitgelieferten Bürste erledigt. Bei Gemüse wie beispielsweise Sellerie dauert die Reinigung länger. Er hat schon insgesamt über 1750 5-Sterne-Bewertungen allein auf Amazon bekommen. Hier sehen Sie die zweite Vergleichstabelle. Pausieren Sie auch hier gerne wieder das Video. Entsafter über 200 Euro Nummer 1 ist der Slow Juicer von Nutrilovers Der Nutrilovers Slow Juicer hält was er verspricht. Mit gerade einmal 45 Umdrehungen pro Minute sorgt der Entsafter für eine geringere Erwärmung und damit für einen höheren Nährstoffgehalt und weniger Sauerstoffanteil im Saft. Die verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig in ihrer Verarbeitung. Damit garantiert der Hersteller eine lange Lebensdauer. Überzeugen kann der Entsafter mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem einzigartigen Umfang an Extras. Neben einem kleinen Rezeptbuch erhalten Sie eine Reinigungsbürste sowie einen Stößel und eine Trinkflasche. Das Gerät ist einfach und schnell zu reinigen. Dank der verschiedenen Siebe lässt sich Saft, Eis, Sorbet, Smoothies und vegane Milch wie beispielsweise Mandelmilch herstellen. Nummer 2 ist der Oscar Neo Slow Juicer DA1200 Es ist das neueste Modell aus der Neo-Reihe und es zählt mit zu den stärksten Entsaftern im Vergleich. Überzeugen kann der Slow Juicer aufgrund seiner Vielseitigkeit. Neben dem Entsaften können Pürees, Dips, Babynahrung, Eis, Sorbetes und vieles mehr aufgrund der mitgelieferten Aufsätze hergestellt werden. Gerade wenn Sie auch Sellerie, Blattgemüse und Weizengras entsaften wollen, schauen Sie sich dieses Modell genauer an. Selbst einen Fleischwolf-Aufsatz für Pasta und Pesto gibt es für den Neo. Der Entsafter ist einfach zu reinigen und der entstehende Abfall trocken. Das Gerät an sich ist sehr stabil und aus hochwertigen Materialien. Außerdem kann es als Küchenmaschine verwendet werden. Sie erhalten 20 Jahre Garantie auf den Motor und 10 Jahre auf die Einzelteile. Noch ein Tipp, wenn Sie sich für dieses Modell entscheiden, klicken Sie unten in der Videobeschreibung auf den Link direkt zum Hersteller Vitality4Life und geben an der Kasse den Code YOUTUBE ein, um 10% zu sparen. Das gibt Ihnen einen ordentlichen Preisvorteil gegenüber anderen Shops. Nr. 3 ist der Hurum HAA Alpha Serie 3 Genau wie bei dem Neo DA 1200 investieren Sie hier in ein hochwertiges und langlebiges Produkt. Mit dem Hurum der dritten Generation erhalten Sie ein vollendetes und gut durchdachtes Produkt. Sie bekommen 10 Jahre Garantie auf den Motor und 2 Jahre auf die Teile. Der Trester-Inhalt bleibt trocken, was für eine sehr gute Saftausbeute spricht. Der Motor ist kräftig und schafft mit der Schnecke auch hartes und faseriges Gemüse. Je nach Vorliebe können Sie den Fruchtfleischgehalt regulieren. Sie erhalten 3 Siebe, was den Hurum zum Entsafter, Smoothie Maker und zur Eismaschine umwandeln lässt. Insgesamt lässt er sich gut reinigen und ist sehr leise. Die meisten Kunden empfanden das Preis-Leistungs-Verhältnis für sehr gut. Oft wird in den Kundenbewertungen bestätigt, dass es sich lohnt langfristig zu denken und auf Qualität anstatt Quantität zu setzen. Nr. 4 dieser Preisklasse ist der Sana Juicer EUJ 606 Der Entsafter besteht aus hochwertigen Komponenten und lässt sich durch den Tragergriff sehr einfach transportieren. Seine Stärken sind neben dem Entsaften die Eisherstellung aus halbgefrorenen Früchten, die Nudelherstellung und die Milchherstellung wie z.B. Mandelmilch. Eisorbet lässt sich sehr gut mit einer guten Konsistenz herstellen. Vorne auf dem Aufsatz gibt es eine Trester-Einstellung. Bei Stufe 1 ist der Widerstand geringer für weiches Pressgut wie Obst. Die höheren Stufen sind für härteres Pressgut wie Karotten und Sellerie. Durch den höheren Widerstand wird die Saftausbeute erhöht. Die Reinigung ist sehr leicht per Hand möglich. Das Sieb lässt sich einfach mit der mitgelieferten Bürste reinigen. Der Hersteller gewährt 10 Jahre Garantie auf Motor und Getriebe und 5 Jahre auf die Einzelteile. Der horizontale Entsafter von Sana ist optimal für jeden, der sehr viel Gemüse und Grün entsaftet. In dem Bereich hat er seine Stärke. Der letzte Entsafter im Vergleich ist der Kenwood Pure Juice Pro JMP 800SI Der Kenwood Slow Juicer ist sehr stabil. Es gibt zwei Einfallöffnungen. Die eine Öffnung ist XXL. Dort können Sie beispielsweise ganze Äpfel einwerfen und der Entsafter erledigt den Rest. Durch die andere kleinere Öffnung können Sie dünnere Früchte und Gemüse werfen wie Karotten und Selleriestangen. Die Reinigung ist sehr schnell unter laufendem Wasser gemacht. Etwas mehr Zeit benötigt der Filter, der am besten auch mit der Bürste gereinigt wird. Sollte dem Motor ein Festlauf drohen, kann der Rückwärtsgang für Entlastung sorgen. Der Entsafter kommt mit allen Früchten und jedem Gemüse gut zurecht. Auch Eis und Sorbet lässt sich leicht herstellen. Ein Rezeptbuch mit 48 Rezepten bekommen Sie inklusive. Insgesamt ist der Dressa trocken und die Saftausbeute hoch. Hier sehen Sie die letzte Vergleichstabelle. Pausieren Sie auch hier gerne das Video. Die Preisinformation Da die Preise sich fast täglich ändern, können wir Ihnen hier im YouTube Video nur die Preisspanne geben. Die aktuellen Preise finden Sie, wenn Sie in der Videobeschreibung auf Ihren Favoriten klicken. Dort gelangen Sie sofort zu den passenden Produkten bei den Shops. Sonst finden Sie die Preise auch auf unserer Webseite. Wenn Sie über unsere Links kaufen, bekommen wir eine kleine Provision und Sie unterstützen kostenlos das Projekt und somit unsere Arbeit. Vielen Dank, wenn Sie dies tun. Wenn wir Ihnen weiterhelfen konnten, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn Sie keine Vergleiche rund um Haus und Garten verpassen möchten, abonnieren Sie gerne den YouTube Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihr Team von 4HappyHome.com